So, moin moin und willkommen zurück zu der weiteren Folge, ähm, Mass Effect. Und wir sind jetzt im Ende, wir suchen Saren immer noch und fahren jetzt mal hier runter. Denn beim letzten Mal hab ich euch ja hier rausgeschmissen und hier machen wir direkt weiter. So, da unten sind ein paar Gegner, sehe ich gerade. Schauen wir hier wieder, der richtige Weg zu sein. Wo Gegner sind, kann es nicht ganz verkehrt sein. Was geht hier bei? Oh. Und Gegner sind erscheinend hier nicht zu sein. So, ähm. Oh, da unten soll ich was. Ein bisschen aufpassen hier. Oh. Hey, ist hier noch irgendwo einer? Da! Ich hab' mich nicht gesehen, ey. Hat er sich dahinter verschanzt, der Assi? Okay, mein Gott, ja, ja, das Ding ist auch echt, ist ein bissel, wie gesagt, schwierig zu lenken. So. Okay. Es sind zwar viele Gegner, aber die machen ja eigentlich nichts hier bei uns. Oh, da habe ich schon. Oh nein! Da kann ich jetzt schon ausweichen. Okay. Da fangen wir die ganzen Wege hier längs. Dann gucken wir, ob wir da hinten nachher irgendwas Besonderes machen können. Da sieht es doch noch irgendwas aus. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Gate werden uns die Sache nicht leicht machen. Das glaube ich auch. Oh, da sind die. Jetzt geht's ab. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stadigungsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Zitadell verlassen. Den Rad evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Oh. Wie geht das schon da? Okay. Ich glaube, was wir machen sollen. Wir eilen jetzt mal runter. Oh. Oh, dann ist blockiert. Das war natürlich schlecht. Vorsetzen. Oh, wir haben gleich Gespräche zwischendurch. Aber wir können auch direkt hier weitermachen, okay. Dann müssen wir auch einfach da durcheiern. Wahrscheinlich. Schnell, die Rohre schließt sich. Okay. Dann haben wir Glück gehabt. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozedur ein. Da oben. Ja. Hallöchen, da sind wir. Okay. Weiß ich nicht, wo wir hin sollen, aber irgendwo hin. Fragen wir mal. Am besten Avina. Vielleicht kann sie uns helfen. Äh. Startausbericht. Geben Sie mir einen Überblick über die Shell. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es beten sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Weitere Überlegungen? Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus Ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. ...Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Lösung. Dann gehen wir durch den Fahrstuhl am besten. Bei Feuer immer mit dem Fahrstuhl fahren. Das weiß jedes Kind. Da ist Saren. Da ist sie. Er ist böse. Und er ist motzig. Oh, jetzt geht's ab. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Die fändlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Fliegen wir auch mal durch. Fliegen wir auch mal durch. Fliegen Fliegen Was macht das denn? Oh, da kommen wir. Oh, cool. Oder auch nicht cool. Ach, schon ein bisschen cool. Okay. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Also hier runter vielleicht? Anscheinend. Jetzt noch die Schilder wieder hoch lassen. So. Hier trete ich den nicht, muss ich nicht herangehen da. Ja, ich bin schon getroffen. Ah. Kein Kontakt, Kommandant. Da dringend. Okay. Verdammte Axt. Okay. Einfach mal auf riskant einfach mal reingerannt, ne? Was auch nicht so cool ist eigentlich, aber was soll's. Alle wieder zusammengefleckt. Hm. Was ist denn da noch? Okay. Erstmal hier hoch. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Wir haben sie alle gemacht. Hm. Aber wo gehend ist die Fahrer? Eigentlich geht's hoch. Jetzt fängt der Spur an. Okay. Was war's? Wir haben sie alle gemacht. Wir haben sie mal wieder alle gemacht, ja. Ei, ei, ei. Die kommen auch mal angerannt, ne? Alle Ziele neutralisiert. Schließen Sie mir den Controller an, hab ich. Schließen Sie mir den Controller an, hab ich. Ja, komm schon. Oh. Die sind ja noch. Komm. Okay. Wie kommen denn da von denen? Wie kommen denn da von denen? 20. Wie kommen denn da? 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Aber da durch können wir nicht, okay. Können wir irgendwas abballern hier mit dem Ding hier vielleicht? Machen wir mal. Schießt es ab, das Ding. Den auch noch anmachen hier? Schießt er damit auch? Okay. Und das Ding muss wahrscheinlich auch noch schießen, ne? Das Ding muss auch gleich mal zerstört sein. Vielmehr geht es ja doch gar nicht. So wie es verkehrt. Ah, endlich. Gut. Gut. Ich schau. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist auch weg. Das kommt schon. Das ist auch weg. Das ist auch weg. Das ist auch weg. Puh, mach ich ihn bitte? Okay. Alter Schwede, die kommen auch mal reingerammt, die Spastis. Okay, ich würde sagen, hier machen wir eine kleine Pause und machen direkt hier beim nächsten Mal weiter. Speichern kann ich nicht, aber beim nächsten Mal machen wir hier direkt weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Untertitelung. BR 2018